Ja, willkommen hier bei mir, Hagi, wieder bei dem JavaFX Tutorial. Heute zeige ich euch das Textfield. Und das Textfield ist eben auch wieder eine sehr wichtige Komponente in einer GUI, einfach weil man so dem User die Chance gibt, eine Eingabe zu machen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Nun, ich mache jetzt hier nicht wieder denselben Fehler wie beim Label, denn diesmal weiß ich auch wirklich, was ich machen möchte mit diesem Textfield. Ich setze das Ding gleich static, ich nenne es jetzt einfach txt. Ja, und natürlich jetzt, wie man, na, ja, von JavaFX, wie man zum Beispiel das jetzt hier macht mit dem New Textfield, das sollte jetzt eigentlich, ja, eigentlich schon klar sein. Was ich jetzt hier mache, ist eigentlich ziemlich einfach, und zwar zeige ich euch, wie man mit diesem Textfield umgeht. Ich möchte folgendes machen, ich möchte den Text unseres Labels, immer wenn der Button geklickt wird, soll, wartet mal, ich bin das jetzt hier mal um in Text ändern, oder einfach nur Text ändern und so. Ich möchte, dass der Text des Labels zu dem Text wird, der im Textfield steht. Und wie mache ich das? Nun, bei Label setText, wir müssen ja jetzt irgendwie den Text vom Textfield bekommen, wir machen einfach getText, das war's schon. Und jetzt ändere ich hier in der Pane, ändere ich kurz die Anordnung, und zwar das Label setze ich Center und, ja, Top hat schon gestimmt, aber hier setze ich jetzt das Textfield rein, bei Top, und jetzt sieht unsere GUI so aus. Jetzt können wir hier unseren Text eingeben. Hallo, YouTube, lernt ihr was? Text ändern, tada, haben wir. Und wir haben eben immer noch unsere Funktion, das Button wurde geklickt, hier stehen soll, das kann ich eigentlich hier auch jetzt mal raus machen, aber gut. Und das war's eigentlich schon wieder zum Textfield. Wir haben wieder unsere Methoden mit, ja, MaximumWidth, MinWidth und lauter so, oder sowas eben. Also, ja, das müsste uns alles, also hier sieht man halt, kann man es so ändern, wenn man möchte, das ist jetzt ein bisschen sehr klein, fällt mir gerade auf. So, ja, und dann kann man eben hier die Größe wieder ändern. Ich meine, ja, das, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt, glaube ich, nichts mehr groß erklären. Das wisst ihr so langsam. Gut, ähm, mein Name ist Hagi, und ich sag, Schuß! Gut, ich sag, Schuß! Untertitelung des ZDF, 2020